Hast du die normale Kanade, die Smog? Smog hab ich ja. Ich hab die Fleischbein. Du hast die Fleisch? Ja, das ist zwar nicht so gut, aber ich muss ja den Gegner auf die Chance lassen. Dreck. Äh, wie war das? Ja, was sagen wir noch? Okay. Bin hinhocken, bin ich aber schon dringend. Und mit Eltern Geldschütze anfeuern. Mit Higgs Waffe ziehen. Okay. Ähm. Ja. Hä? Wie kann ich jetzt das... ...Wertschlag-Dings hier aber? Äh, einfach zielen. Machst du den schon raus? Mhm. Wird mal abgebaut. Sicher, sicher. Komm runter. Machst du unten oder raus? Ja. Ja. Oh, der ist ne Mine. Okay, ich mach runter. Ah, okay. Bei mir rendert's grad auch noch 4. Ich bin weg. Au! Ich bin in ne Giftmine rein. Also oben ist frei. Ein bisschen Medikatorien. Medikatorien. Boah. Das geht, was ich so kriege. Ja? Oben ist jetzt offen. Okay. Auf hinten bist du, okay. Also unten sind zwei Minuten entschärft. Okay. Ich versör' auch gleich mal, dass ich über die Sauna eigentlich immer was hab. Ich weiß, wie ich denk das. Mhm. 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 Bis da rum. Ja. Bis da unten. Gehen wir los, bin die Sauna rein. Ja, ich bin eine Mine. Unten ist offen. Ich hab' mich nicht zur Wischung. Schon gerade. Ach verdammt Scheiße. Man bleibt doch da unter dem Finger oder so. Ja, da ist aber jetzt schon einer. Ich würd bestimmt auch klatschen. Leider verbild. Und das ist eine Krise. Also rechts drin ist immer noch einer. Nein, unten. Untergehen ist auch noch. Habe ich da nicht irgendwann einmal umgegeben können? Wie kann man dieses Ding ausschalten? Was? Da, dass da die Dinge, da da oben gehen. Platten? Ja. Über eins von diesen... Ist der Hauptraum, oder? Blauen Dingern, was man... Hauptraum. Okay, unten ist jetzt rausgelaufen und der rennt jetzt wieder draußen rum. Ja, das war jetzt mein Ding. Ist da irgendwo ein Cam? Wo? Ja, das machen wir jetzt auf die Kamera. Und Alarms nehmen. Bestimmt, cool. Äh, weil kann ich die Haftkamera abbauen? Ah, den haben wir schon. Ach, verdammt, nochmal. Jetzt dürfte sie mich doch nochmal. Ich hätte nicht flaschen sollen. Der hättest immer hergeschaut. Ja, genau, Korps handt mich. Äh, du brauchst eine Entgiftung. Renn, renn! Und dann? Da vorne in den Gang rein. Das schaffst du nicht mehr. Mehr, das schaffst du nicht mehr. Mehr, das schaffst du nicht mehr. Gegen die Wand. Okay. Also unten war ein Giftmine. Da ist hier zum Beispiel eine Inksmine. Irgendwas. Ob ich nicht meine Haftkamera? Ja, klar. Ja, aber der war ja auch nicht vorher. Das war toll. Kannst du unten abmachen? Das war super. Was aufmachen? Ja, unten, da war ich jetzt glaube ich. Versuchen das zu zerstören. Also da zu hacken. Was soll ich machen? Äh. Achso, ja. Okay. Aber dann fang ich ja dann gleich zwei Stück an visieren. Ah, so geht's auch. Okay. Äh. Ja, da noch ein bisschen. Jetzt bin ich am Hocken. Ich hab eine Möglichkeit gefunden, aber das ist auch super. Ich will gleich auf. Jetzt gleich aufgehen. Die Version ist ja super. Weißt du, dass du da auch die Elektrodinger wegscheißen kannst? Und das dann? Geil? Jetzt weiß ich's. Ich versuche mal unten außen zu hocken. Okay. Der Typ unten ist jetzt. Bei neben den Kameraden. So lange werde ich hier. Wirst du mal eins ab? Ach, da war noch eine Minute. Nee, ich war außen. Du bist jetzt innen, ne? Eins noch. Und hochziehen. Hochziehen, hochziehen. Ja, wenn du willst jetzt oben unterwegs, dann geh ich runter. Du kannst halt nicht auch in den Omen reingehen. Oh, da ist einer. Wo? Oben? Au, au, au. Hm? Oben? Nee, unten. Unten, außen. Einmal herum als nächster. Ja. Entschuldigung. Oder bin ich wieder im selben Raum? Für mich denn da außen? Obwohl er außen schon gehackt ist. Scheiße, ich bin wieder im selben Raum. 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 Was, ich bin wieder im selben Raum. Oh, der ist noch nicht gehackt. Nach oben? Zum ersten Ziel und dann ist ein Verbandskostner neben dem. Ja, da wurde ich aber erst. Jetzt wurscht. Liegends einer Spy-Tracker. Gute, guter Junge. Spieß. Spieß hat gewonnen. Na Leute, jetzt haben wir selber bloß, dass die anderen auch mal eine Chance haben. Wir lieben mit mir. Halt! Stopp! Bist du bereit zu lachen? Dreck! 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 Dreck!